Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Madagaskar Evolved. Ich habe eben schon einmal 5 Minuten aufgenommen, aber da ist mir randommäßig mein Ark abgestürzt. Aber auf jeden Fall, es war schon heftig. Hier lief übrigens ein T-Rex rum. Der wurde dann zum Glück gekillt. Da konnte ich dann so ein bisschen das Heid abstauben. Dann hat mich ein Wolfsrudel angegriffen. Und der ist mir fast, ach ein Spino ist da unten, ähm, ist mir fast Merle genommen worden. Und ich selbst wäre auch fast hops gegangen. Und, ach, hier sind auch jetzt Mietzekätzchen. Das ist ja auch nicht schlecht. Mir fehlt echt so ein Speilglas. Nein, so Kristall hatte jetzt auch erstmal oberste Priorität, dass ich das irgendwie finde. Aber gut, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt ein Argentavis-Sattel gemacht. Da meine ich ja, dass ich das letzte Mal gesagt habe, ich sammle Chitin. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir auch ein Gallimimis-Sattel gemacht. Und jetzt können wir im Prinzip... Oh, das war ein 70er. Und jetzt können wir im Prinzip so richtig erstmal Madagaskar erkunden, was wir ja noch nicht so richtig gemacht haben. Und seitdem wurden auch schon ein paar Patches jetzt wieder, ähm, rausgeschmissen. Es wurden wohl jetzt wieder ein paar Bioma eingefügt. Und deswegen, das steht jetzt alles so ein bisschen im Zeichen von Erkundung. Zumal ich ja auch eigentlich eh umziehen möchte. Weil da, wo wir jetzt sind, da kann ich nicht bleiben. Wie gesagt, ich bin gerade im Prinzip ins Spiel reingetreten. Und dann hat mich... Genau, vorab hat mich dann auch noch ein einzelner Wolf angegriffen. Also, geht gar nicht. Ich hoffe auch gleich, dass mir Ark jetzt nicht wieder abstürzt. Ich habe mir auch den Mod Homing Pigeon runtergeladen. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Mod. Kann ich gerade mal zeigen. Da kriegt man diese beiden Items. Und die Flagge, die stellt man an seiner Base auf. Und wie auch, ähm, wie man das auch sonst kennt, da kriegt der Vogel halt so einen Ring um. Und dann, wenn man gekillt wurde, dann fliegen die automatisch zur Base zurück. Ich habe den Mod noch nie ausprobiert. Kannte ihn aber schon länger. Und den habe ich mir jetzt geholt. Das Problem ist, ich hatte jetzt die Materialien nicht dafür, um Hawkeyes und Ring zu verpassen. Deswegen, ja. Bringt der mir jetzt nicht ganz so viel, aber vielleicht demnächst. Und hier zum Beispiel, da bin ich hier eben schon lang geflog. Und habe schon so gesagt, das Pigeon, das kenne ich noch gar nicht mit den Palmen. Oder ich kann mich nicht dran entziehen. Oder aber wir haben es bislang noch nie gesehen. Auf jeden Fall, das scheint auch neu zu sein. Und da hinten sind auch alles so verdörrte Bäume. Da müssten wir eigentlich auch unseren Agentar bisher haben. Und es kann sein, dass die Parts, in denen wir so ein bisschen erkunden, nicht so lang sein werden. Weil gerade wenn man so Erkundungsparts hat in Ark, da werden die Ruderteile sehr, sehr groß. Und die dauern halt dementsprechend sehr lange zum Verarbeiten und zum Hochladen. Deswegen werden diese Parts wohl etwas kürzer sein. Und ja, hier haben wir definitiv unseren Agentar bisher geholt. Und ja, jetzt suche ich eigentlich einen schönen Spot. Ich glaube auch, wie gesagt, die Karte hat sich seitdem so ein bisschen verändert, die Minimap. Und vielleicht werden wir ja fündig. Wie gesagt, wenn ich auch Obsidian finde, Kristall, das nehme ich erstmal alles mit. Und ich bräuchte auch eigentlich auch wieder neues Metall. Da habe ich, glaube ich, irgendwie nur noch sieben Stück oder so. Weil ich musste auch meine Rüstung eben reparieren. Also was das angeht, sind wir auch einfach nur mau, was das angeht. Und ich habe, ja, wie gesagt, ich habe ja auch nicht mal eine richtige Water Giant. Also das brauchte ich ja bislang nicht, weil ich ja eh nicht so richtig ans Wasser rankomme. Wie gesagt, das wäre da halt so ein ganz netter Spot gewesen da hinten, dass man da direkt am Wasser ist. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall erst mal weiter. um im Prinzip haben wir ja was Madagaskar angeht so ziemlich Müll gesehen. Und ganz zu Anfang, als wir ja mal gestartet sind mit Madagaskar, da haben wir ja mal Kristalle gefunden. Nur, da haben sie mir leider nicht wirklich was gebracht. Aber wie gesagt, vielleicht werden wir ja auf unserer Erkundungstur ein bisschen was finden. Muss sowieso mal gerade gucken, von welcher Richtung her. Boah, wir haben uns ja kaum wegbewegt. Wie groß ist das hier? Also, Halleluja. Hier haben wir noch einen Raptor. Ich meine, hier ist auch schön, wo ich das so gerade sehe, ne? Lass uns da mal gucken gehen. Wenn man das so sieht. Es ist ein schöner Spot und es scheint... Da hat er gerade einen Titanobo... Ja, einen Titanoboer. Ah, hier gibt es Titanoboers. Aber sonst ist der Spot ganz schön. Ach, ein Diplodocus. Hallo. Sonst scheint er jetzt hier nicht so gefährdet zu sein. Da war jetzt mal ein Raptor, da war ein... Gut, Titanoboers finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber es wäre halt auch wieder Wasser in der Nähe. Eigentlich, ich könnte mir das mal... Ich glaube, ich... Na gut, da jetzt gerade nicht. Vielleicht markiere ich mir das mal auf der... auf der Map. Ich frage mich gerade, wo ich den Raptor hingeschmissen habe. Andererseits, hier sind so gut wie... keine Materialien jetzt nur so, oder? Was ist da oben? Oh, mein Starbiner. Hoppla. Ist nicht dein Ernst! Ich habe nichts getan! Ich meine, gut, ich hätte Nahrung, Wasser und alles. So, die Grundmaterialien wären hier schon vorhanden. Oh. Hier ist Metall. Was ist denn hier noch? Okay, ich hätte auch Steine. Also, ich finde den Spot gar nicht so... verkehrt, muss ich zugeben. Und der ist jetzt auch nicht... so weit weg. Ich, ähm... markiere mir den mal auf der Karte. Wow, das ist aber echt schlecht zu sehen. Wo ist das? Das ist... Latitude 1, 2, 3, 4... 4... 5... Wo lande ich denn da? Ja. Nicht so wirklich da, wo ich möchte, ne? Neu. Oh, die Karte ist aber schwer zu lesen. A, B, C... 6... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 5... 10... 7... Ich... 11... Möchte, den eigentlich gerne bearbeiten. Kann ich das gar nicht? Na gut, also machen wir Äh, 55... 55 Base. Was zum Teufel? Ich komme mit dieser Karte nicht klar. Was ist das? App. 45. 40. Ja, gut. Muss ich jetzt irgendwie mit leben. Aber das ist noch etwas strange, möchte ich sagen. Aber zumindest wäre hier direkt Metall. Und wie gesagt, Stein, Wasser, Nahrung hätte ich da. Und es scheint vor allem friedlich zu sein, bis auf die... Gut, da auf der anderen Seite ist jetzt ein Rex und alles, aber... Grundsätzlich scheint es an dem Spot etwas ruhiger zu sein. Aber jetzt auch kein... Kristall oder Obsidian. Aber gut, das braucht man ja jetzt nur nicht so häufig. Metall ist ja... ...so die Sache, die man etwas eher bräuchte. Vielleicht finden wir hier noch was in der Nähe. Oh, da sind aber ganz schön viele Titanoboas. Finde ich das da so... Hm? Ja. Ja gut, aber die würden ja grundsätzlich hier bleiben, oder? Hier sind da auch nochmal so... ...neue Büsche oder auch hier dieses... ...Holz. Sieht auch interessant aus. Oder hier? Das sieht schon echt... ...echt nett aus. Oh, die Datei, ne? Die ist jetzt schon wieder so riesig. Das ist unglaublich. Ich versuche mal noch die 15 Minuten voll zu machen. Hier die Sträucher. Aber die kann ich, denke ich mal, nicht abfarmen, oder? Sind das ganz normale... ...ne, das sind... ...scheinbar nur Dekobäume. Okay. Oh, wenn du... Ich wollte ja eigentlich wirklich so eine richtig gute Erkundungstour machen. Aber... Oh Gott, ich dachte gerade, mein Ark stürzt schon wieder ab, ne? Ich dachte, ich kriege einen Anfall. Aber wir sind ja noch nicht wirklich weit gekommen. Oh, der... ...rutscht mir erst immer das Herz in die Hose, ne? Wenn... ...wenn Ark auf einmal hakelt und... ...für einen kurzen Moment gefriert und nichts mehr von sich gibt. Aber alles gut. Alles gut! Ah, Giganto! Hallo! Hey, mein Freund! Du wirst auch noch richtig cool. Welches Level bist du? 32? Na ja. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Da sind gerade... ...Lystrosaurus vom Himmel geflogen? Ich frage gar nicht. Ja, ist klar. Du bist nur einer. Oder? Seid ihr mehrere? Okay. Ihr seid mehrere. Gut. So riecht mir gerade noch einen anderen Spot, wo wir sicher verweilen können. Oh, Alter. Das ist schon... Also ich finde die Madagaskar-Map, die finde ich großartig. Okay. Jetzt aber. Ja. Also, bis dann.